Nachdem wir nun diese Begrüßung angeschaut haben, Verse 1 und 2, und wenn ich sage Begrüßung, dann tönt das so banal, aber wir haben gesehen, da steckt so viel Tiefe, geistliche Tiefe, drin in diesen zwei Versen. Nachdem wir das gesehen haben, kommen wir jetzt zu Vers 3, wo der eigentliche Brief, die Briefbotschaft beginnt. Und auf dem dritten Blatt sieht man, habe ich Vers für Vers ein paar Bemerkungen hinzugefügt. Jetzt bei Vers 3, da drückt Paulus seine Dankbarkeit für die Kolosser aus. Verbunden mit Fürbitte. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus alle Zeit, indem wir für euch beten. Paulus war dankbar für diese Kolosser-Gemeinde. Und das muss man jetzt doch auf dem Hintergrund sehen. Der Briefanlass war ja große Besorgnis. Und bevor er über die Probleme spricht, drückt er aus, wir danken. Wir haben Gründe zu danken. Und das ist so wichtig, dass man Augen entwickelt, die fähig sind, zuerst das Gute sehen zu können. Nicht, um alles andere dann quasi so, wie man so sagt, blauäugig übergeht. Wenn ich das sage, blauäugig. Meine Frau hat blaue Augen, aber die sieht dann schon Probleme. Auch bei mir. Ja, aber eben, man sagt das so, und das ist bei Apostel Paulus nicht der Fall, aber zuerst das Positive. Und das ist genauso wie in Offenbarung 2 und 3. Da haben wir ja sieben Briefe, die der Jesus dem Apostel Johannes diktiert hatte, an sieben Gemeinden. Und da gab es bei einer ganzen Reihe von Gemeinden echt große Probleme. Aber immer zuerst erwähnte Jesus, wo es irgendwie möglich ist, wie möglich ist, das Gute. Und dann das, was eben aufgedeckt werden muss. Und das zeigt uns ein Grundprinzip, dass man eben mit einer positiven Haltung und einer Haltung, die auch das Positive sehen kann, auf andere zugeht. Wir können dazu mal noch ein Beispiel aufschlagen. In Apostelgeschichte 11, da entstand die Gemeinde in Antiochia. Und das ist in der Apostelgeschichte die erste Gemeinde, die nur aus Nichtjuden entstanden war. Und das gab Anlass zur Sorge, weil immer da, wo Gemeinden entstanden sind mit Juden, konnte man wissen, diese Bekehrten, die hatten bereits einen Hintergrund. Die kannten schon das Alte Testament. Und die waren auch erzogen worden in moralischer Hinsicht. Die hatten eine moralische Erziehung im Gegensatz zu den Heiden, die in einer völlig unmoralischen und bis hin zu perversen Umfeld aufgewachsen sind. Und jetzt eine Gemeinde mit solchen, die also überhaupt keinen biblischen Hintergrund haben, da musste man doch einige Sorgen haben. Und darum wurde in Apostelgeschichte 11, Barnabas aus Jerusalem dorthin geschickt. Also ganz im Norden von Syrien. Ich sage gern, Antiochia ist in Syrien. Obwohl, heute ist es ja in der Türkei. Das ist, weil Atatürk im letzten Moment, im Ersten Weltkrieg, hat er noch Antiochia rübergenommen. Aber eigentlich wäre das nicht türkisch, sondern syrisch. Da bleibe ich dabei. Aber, ihr seid einverstanden mit mir. Korrekt. Ja, sie kommen aus der Gegend von Antiochia. Ja, und was heißt es da in Apostelgeschichte 11, 22? Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die zu Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurch zöge bis nach Antiochien, der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute. Das ist das Erste. Also er kommt dahin mit einer Besorgnis, aber er sieht nicht zuerst das Problem, sondern, was da Lukas beschreibt, ist, er sah die Gnade Gottes. Und er konnte sich darüber freuen, was Gott gewirkt hatte. Und dann, das andere kommt auch, und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Er sagte also diesen Gläubigen, und jetzt ist es ganz wichtig, ihr müsst, obwohl ihr euch bekehrt habt, müsst nochmals wirklich eine Entscheidung fällen. Im Herzen. Herr Jesus, ich möchte jeden Tag mit dir den Weg gehen. Das ist mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren. Und dann könnt ihr diese problematische Situation überwinden. Und Lukas erklärt, warum Barnabas das so gemacht hat. Vers 24, denn er war ein guter Mann. Ein guter Mann oder eine gute Frau ist also ein Mensch, der sich freut und die Heilige Gottes sehen kann. Aber dann auch ermutigen und ermahnen kann, um eben den Problemen entgegenzutreten. Denn er war ein guter Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Das war also bei ihm auffällig. Der Heilige Geist wirkte gewohnheitsmäßig in seinem Leben. Und sein Herz war erfüllt von dem Reichtum des Glaubens. Ja, so ist es bei Paulus. Und darum sagt er, wir danken dem Gott und Vater, unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, indem wir für euch beten. Merken wir, da ist schon ein kleiner Hinweis auf das Problem. Ihr seid in Gefahr. Und ich bete für euch. Vers 4, nachdem wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, wegen der Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. Also, er sagt, dass das alles vom Hörensagen ist. Dass er gehört hat, wie die Situation in Kolossä ist. Und zwar bezüglich Glauben, Liebe, Hoffnung. Merken wir diese drei? Ja, das sind ja die drei großen Hauptwörter in 1. Korinther 13, da wo die Liebe Gottes so grandios beschrieben wird im praktischen Leben. Dort sagt Paulus, können wir aufschlagen, 1. Korinther 13, Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ja, und man muss darauf achten, man wird immer wieder Stellen finden in den Briefen, wo genau diese drei, drei wunderbaren Nomen, Glauben, Liebe, Hoffnung beieinander stehen. Aber schön ist, er sagt nicht nur, wir haben gehört von eurem Glauben, eurer Liebe, eure Hoffnung. Sondern er sagt, Glauben an Christus Jesus. Ja, ich meine, viele Leute sagen, ich bin gläubig. Und das war's. Nein, es ist ein Glauben an den Messias Jesus. An den, der gekommen ist, um all die Verheißungen des Alten Testaments zu erfüllen und um das Heil zu erringen auf Golgatha. Euer Glaube an Christus Jesus. Und dann sagt er nicht nur einfach und die Liebe, sondern und der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und da fällt auf, also nicht nur Liebe zu den gläubigen Kolossern. Das ist das, was eben oft am naheliegendsten ist. Man sieht einfach die in der eigenen Gemeinde. Gut, aber schon mal schön, wenn gesagt wird, Liebe zu allen in der Gemeinde, schon mal etwas erreicht, ja. Aber dieser Blick für den ganzen Leib Christi, der eben alle Erlösten auf der ganzen Welt umfasst, das ist nochmal was anderes. Und das wird hier gelehrt, die ihr zu allen Heiligen habt. Und ich habe gesagt, der Kolosserbrief ist eigentlich ein paralleler Brief zum Epheserbrief. Und es gibt ganz interessante Parallelen. Und auch gerade im Epheserbrief wird das alle Heiligen immer wieder gebracht. Ich zeige schnell Epheser 1, Vers 15, Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken. Ha! Wie im Kolosserbrief. Er hat von den Ephesern gehört und darum betet er für sie und er erwähnt die Liebe, die sie haben zu allen Heiligen. Und dann weiter in Epheser 3, Vers 8, da sagt er, mir, dem allergeringsten von allen Heiligen ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Das ist natürlich eine Anspielung übrigens auf seinen Namen, Paulus. Der Kleine. Aber da macht er es noch kleiner. Er sagt, mir, dem allergeringsten. Und dann sagt er, von allen Heiligen. Und da sieht er auch wieder, alle Erlösten der Gemeinde, nicht nur an einem Ort. Allen Heiligen. Und dann weiter in Kapitel 6, nein schon Kapitel 3, muss es sein. Ja, 3, Vers 18. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Höhe und Tiefe sei. Und so erkennen die die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein mögt zu der ganzen Fülle Gottes. Aber auch da erkennen, nicht nur mit den Gläubigen der eigenen örtlichen Gemeinde, sondern mit allen Heiligen auf der ganzen Erde, sollen sie zu diesem Durchblick kommen, wo man den Ratschluss Gottes sieht in seiner Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Alle Heiligen. Und dann noch Kapitel 6, Vers 18. Zu aller Zeit beten, mit allen Gebet und fliehen in dem Geist. Und hierzu wachend in allem anhalten und fliehen für alle Heiligen. Und für mich, damit mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes. Und mit Freimütigkeit kommt zu tun das Geheimnis des Evangeliums. Ja, also auch da erwähnt er die Wichtigkeit Flehen für alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Nicht nur die, mit denen man so direkt in Kontakt steht. Ja, das ist das Wichtige. Einerseits hat Gott gewollt, dass es eben örtliche Gemeinden gibt, wie Kolossä. Und darum wurde an die Gemeinde Kolossä dieser Brief geschrieben. Aber, wir müssen klar sehen, die Gemeinde am Ort ist der Ausdruck, der örtliche Ausdruck des weltweiten Leibes Christi. Und interessant, nie wird in der Bibel eine örtliche Gemeinde genannt, ihr seid der Leib Christi. Das wäre auch eine falsche Lehre. Denn der Leib Christi umfasst nicht die Gläubigen an einem Ort, sondern alle Gläubigen auf der ganzen Erde. Das ist ganz wichtig. Da könnte jemand sagen, stimmt nicht. Ja, was? Also, schlagen wir auf, 1. Korinther 12, da geht es ja gerade um den Leib Christi. Und da sagt Paulus zu den Korinthern in 12, Vers 27. Ihr aber seid Christi Leib und Glieder im Einzelnen. Und da sagt er es doch, ihr, Korinther, seid der Leib Christi. Nein, da steht eben nicht das. Man muss genau lesen. Er sagt nicht, ihr aber seid der Leib Christi. Sondern, ihr seid Christi Leib. Ohne den bestimmten Artikel. Und das bedeutet, ihr seid der Ausdruck des Leibes Christi. Würde Artikel stehen, dann würde es heißen, die Gemeinde Korinther ist der Leib Christi. Aber, er sagt nur, ihr seid Christi Leib. Also, ihr seid Leib Christi, könnte man auch sagen. Aber nicht, ihr seid der Leib Christi. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da möchte ich noch hinweisen auf Römer 12. Da sagt Paulus in Vers 4, an die Gemeinde in Rom gerichtet. Denn ebenso, wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Einzelne aber Glieder voneinander. Und jetzt ist es ganz wichtig zu beachten, dass Paulus sagt, wir, die vielen, sind ein Leib in Christus. Paulus gehörte nicht zur Gemeinde in Rom. Ja, er schrieb als einer von außerhalb. Aber er sagt den Römern, wir, ich von außerhalb und ihr, sind ein Leib in Christus. Das macht eben klar, dass der Leib Christi überörtlich ist. Nie örtlich. Aber die örtliche Gemeinde ist der Ausdruck von diesem weltweiten Leib Christi. Aber darum ist es wichtig, eben den Blick zu haben auf den Ort und die Bedürfnisse und Nöte am Ort, wie das im Klosterbrief geschieht, aber auch den weltweiten Blick für alle wahren Gläubigen. Und das macht eben, dass unsere Haltung nicht sektierisch wird. Wenn wir nur, wir und alle anderen, dann wird das sektierisch. Aber wenn wir den Blick haben für alle Erlösten auf der ganzen Erde, dann haben wir diesen Blick, den der Apostel Paulus hatte. Den die Kolosse hatten. Und er hat ja gehört von ihrer Liebe, die sie zu allen Heiligen haben. Und dann weiter, wegen der Hoffnung. Er sagt nicht nur Hoffnung, sondern er sagt Hoffnung, die für euch aufgehoben ist in den Himmeln. Also sie hatten eine himmlische Hoffnung. Und zwar, weil sie zum himmlischen Volk Gottes gehörten. Israel in der Wüste hatte auch eine Hoffnung. Die Hoffnung auf das Land. Das wunderbare Land. Das Land, das von Milch und Honig fließt. Aber das war eine Hoffnung auf der Erde. Die Gemeinde hat ihre Heimat im Himmel. Und darum hat sie eben eine Hoffnung, die aufgehoben ist in den Himmeln. Und da sagt er weiter, von der ihr zuvor gehört habt, in dem Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist. Ja, sie brauchten jemanden, der zu ihnen käme und diese Botschaft verkündigte. Sonst wären sie nie darauf gekommen. Und darum lesen wir auch im Römerbrief, dass es eben unbedingt Verkündiger braucht, die diese Botschaft hinaustragen. Schlagen wir auf. Römer. Römerbrief. Und zwar Kapitel 10, Vers 14. Wie werden sie nun den anrufen, an welchen sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von welchem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Wie aber werden sie predigen, wenn sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der, welche das Evangelium des Friedens verkündigen, welche das Evangelium des Guten verkündigen. Und so weiter. Also da sieht man die Notwendigkeit, dass Menschen hingehen und das Evangelium verkündigen. Und darum konnten sie von dieser Hoffnung im Himmel erfahren. Sonst hätten sie nie etwas gewusst. Und das war eben dieser Epaphras, der da hingekommen ist. Ja, und gehen wir weiter, Vers 6. Und dieses Wort der Wahrheit ist also zu ihnen gekommen, wie es auch in der ganzen Welt fruchtbringend und wachsend ist. Wie auch unter euch, von dem Tag an, da ihr es gehört und die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt habt. Hier erklärt der Apostel, dass eben dieses Wunderbare, was in Kolossä geschehen ist. Menschen brechen durch zum Glauben, es entsteht eine Gemeinde. Das geschieht nicht nur dort, sondern Gott hat sein Werk weltweit. Und auch das wieder zeigt uns, den Blick zu sehen, was Gott weltweit tut. Das ist sehr wichtig, diesen Blick zu behalten. Und er sagt, in der ganzen Welt bringt das Wort Frucht und wächst. Das ist bei ihnen auch so. Seit eben dieser Zeit, diesen Tag, wo sie die Gnade Gottes in Wahrheit erkannt haben. Da sind sie zum Glauben gekommen. Und wir wissen bereits, Vers 7, wer das gemacht hat. So wie ihr gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist. Der uns auch eure Liebe im Geist kundgetan hat. Ja, das war eine gute Botschaft, die Paulus bekommen hatte. Und es gibt auch gute Botschaften, die nicht stimmen. Aber er konnte sagen, wer das erzählt hat. Genau die Quelle. Epaphras. Und so ist es auch bei schlechten Nachrichten. Es werden so viele schlechte Nachrichten verbreitet, die nicht stimmen. Ja. Aber darum hat Paulus gesagt in 1. Korinther 1, er hat schlechte Nachrichten gehabt über Korinth. Und dann macht er folgendes in 1. Korinther 1, Vers 11. Denn es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloé, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dieses, dass an jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Käfers, ich aber Christi. Schlechte Nachricht über sie, aber er sagt, woher die Quelle ist. Die Hausgenossen der Chloé haben mir das gesagt. Also, die Korinther hätten sofort die Möglichkeit gehabt, was? Da wird solches Zeugs über uns berichtet, dabei haben wir uns so lieb in der Gemeinde. Und wir haben da nicht vier Parteiungen, das stimmt überhaupt nicht. Ja, also, jetzt gehen wir mal zu diesen Hausgenossen der Chloé. Ja, das wäre die Konsequenz. Aber dadurch, dass er durchsichtig die Quelle nennt, kann man die Sachen korrigieren. Und das Schlimme ist, da werden Dinge verbreitet, wie hat er das gesagt? Hm, man sagt nicht, ja, nein, man sagt nicht vorher. Aber es wird so gesagt. Wie? Das geht gar nicht. So funktioniert Verleumdung. Und was ist das griechische Wort für Verleumder? Also, ich frage etwas, was garantiert viele wissen. Ja, ja. Diabolos. Dia heißt durch. Boulos. Werfer. Das Wort ist übrigens verwandt, weil Griechisch und Schweizerdeutsch und auch Hochdeutsch zu den indoeuropäischen Sprachen gehört. Und das ist verwandt mit unserem Wort Ball. Ja, da denke ich gerne an einen Lederball, den man in einem Porzellanladen so richtig genussvoll durchschmeißt. Ja, und ein Scherbenhaufen ist da. Ja, und der Verleumder ist also einer, der eben solches Durcheinander anrichtet, indem eben falsche Dinge, falsche Botschaften verbreitet werden. Und es ist so verheerend. Man kann nachher kaum mehr die Scherben zusammenlesen, weil man gar nicht weiß, woher kommt es. Man kann es nicht mehr korrigieren. Und darum ist das so etwas Teuflisches. Ja, Diabolos heißt Teufel. Das Wort Teufel kommt von dem griechischen Wort Diabolos. Hat sich ein bisschen verändert. Ja, und darum lernen wir, ihr habt gelernt von Epaphras und er hat uns das mitgeteilt. Aber positiv. Und ihr Korinther, wir haben gehört von den Hausgenossen der Klohe, so und so. Und dann hätten sie die Möglichkeit gehabt, die Sache zu klären, wenn das eine Verleumdung gewesen wäre. Gehen wir weiter zu Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten. Also nochmals wird betont, einst wussten wir nichts von euch. Wir haben gehört und seitdem war das unsere Entscheidung, wenn er sagt wir, meint er Paulus und Timotheus. Und jetzt beten wir für euch. Also wir tragen euch auf dem Herzen. Er spricht noch nicht von Problemen. Ja? Aber so, so gewinnt er ihr Herzen. Weil er sagt, wir haben ein echtes Anliegen für euch. Wir kommen nicht als, als so Richter von oben herab, sondern wir möchten euch helfen. Und wofür bittet ihr? Für euch zu beten und zu bitten. Und jetzt kann man sich fragen, ob man auch schon für Menschen gebietet hat in diesem Sinn. Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens. Also, dass ihr ganz klar erkennen könnt, was der Wille von Gott ist. Dann sagen wir vielleicht, doch, das habe ich auch schon gebetet, das hat der Herr, den sein Willen zeigen möchte. Aber, es geht so weiter. Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Also verbunden mit aller Weisheit und mit Einsicht, die durch den Heiligen Geist bewirkt ist. Wenn man denkt, wie oft heute unter Gläubigen über die Wahrheit gesprochen wird, ja, das kann man nicht so genau wissen. Ja, überhaupt, da gibt es sowieso so viele verschiedene Auslegungen und und die einen denken so, die anderen so, also das ist alles nicht so klar. Damit ihr erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens, in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Ja, und wenn man noch in Kapitel 2 schaut, dort sagt Paulus, dass er eben um sie kämpft mit dem Ziel, Vers 2, damit ihre Herzen getröstet werden. Vereinigt in Liebe und jetzt kommt's. Und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Also er sagt nicht zur Gewissheit, sondern er sagt zur vollen Gewissheit. Er sagt aber noch mehr. Er sagt nicht nur voller Gewissheit, sondern er sagt zum Reichtum der vollen Gewissheit. Aber er sagt nicht nur das, sondern er sagt zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Also wie man das verstehen muss. Boah, das ist aber völlig anders. Also wie das so üblicherweise gesehen wird, ja, das ist nicht so klar, man kann ja nicht behaupten, jetzt würde man das wissen, aber hm, das steht hier ganz anders. Zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Und dann zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und über dieses Geheimnis Gottes geht es dann im Weiteren auch im Kolosserbrief. Da sind alle Schätze der Weisheit verborgen. Und nun sagt also Paulus, er betet nicht nur, dass sie die Erkenntnis des Willens Gottes bekommen, sondern dass das verbunden ist mit aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Aber sagt einer, aber Wissen macht Stolz, das ist nicht gut. Viel Wissen macht Stolz und viel Bibelerkenntnis macht Stolz in dem Fall. Nun, in 1. Korinther 8 lesen wir tatsächlich, dort geht es um ein bestimmtes Thema, nämlich Götzenopfer und dann sagt Paulus in Kapitel 8 Vers 1, ich lese den Zusammenhang, was aber die Götzenopfer betrifft, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis, die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Da haben wir es. Erkenntnis bläht auf. Was tut Paulus? Er bittet um volle Erkenntnis bei den Kolossern, aber die werden wie ein Frosch, der sich aufbläst, ja? Ja, wir müssen ein bisschen weiterlesen. Dann sagt der Apostel, wenn jemand meint, etwas erkannt zu haben, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Nun, macht er also klar, es gibt die richtige Art der Erkenntnis und die falsche. Und da kann jemand erkennen, aber nicht, wie man erkennen soll. Und das ist ganz wichtig, es gibt zwei verschiedene Arten von Erkenntnis. Und die eine macht stolz und die andere macht demütig. Und das sehen wir bei Daniel. Daniel war in seinem persönlichen Leben treu. Und er wollte sich nicht mit dem Fleisch und dem Wein in Verbindung mit dem Götzenopfer in Babylon verunreinigen. Und darum hat er sich entschieden, er möchte nur noch Gemüse essen. Daniel 1, Vers 8. Und die Folge ist, wenn man weiterliest in Daniel 1, Gott gab ihm und seinen drei Freunden, die seinem Beispiel folgten, eine ganz besondere Weisheit. Und sie haben die Weisen von Babel übertroffen, mit göttlicher Einsicht. Und dann sieht man in Kapitel 2, eine neue Geschichte, wie diese Weisheit diese vier Freunde nicht stolz gemacht hat, sondern als Probleme kamen, haben die zusammengestanden und Daniel hat das vor Gott gebracht im Gebet. Und dann gab Gott noch mehr Verständnis. Und so sehen wir eine Spirale im Buch Daniel. Daniel erkennt richtig, wie man erkennen soll und das bringt ihn zur Treue. Und Gott belohnt diese Treue mit Erkenntnis und diese Erkenntnis führt ihn zu neuer Treue und so geht das weiter und zwar durch Jahrzehnte hindurch, denn bis in Kapitel 9, da ist er bereits ein alter Mann, Jahrzehnte später und da kommt ein Engel zu ihm und muss ihm die Botschaft Gottes bringen, so wisse denn und verstehe. Daniel 9, 25 und da kommt diese Offenbarung über die Jahrwochen, wie man berechnen kann, wann der Messias kommt. Immer mehr Erkenntnis, aber Erkenntnis, die ihn demütig gehalten und treu gehalten hat. Das ist die richtige Erkenntnis und die meint natürlich Paulus hier, nicht die, die stolz macht. Und ich habe das eindrücklich erlebt, diesen Stolz, gerade bei denen, die stolz sind, dass sie viele Dinge nicht wissen. Wie geht das? Die sind stolz, dass sie wissen, welche Auslegungen es dazu gibt. Die können aufzählen, zu einem bestimmten Bibeltext, da gibt es so in der Theologie sechs verschiedene Ansichten und ich würde schon tendieren zu Auslegung zwei, aber mit fünf könnte ich durchaus auch leben. Und das ist so, ich würde das nennen, ein evangelikaler Agnosticismus. Agnostiker sind Leute, die sagen, nein, ich bin kein Atheist, kann man nicht so sagen, aber ich weiß einfach nicht, man kann nicht wissen. Und es gibt manche, die können sich richtig sonnen darin. Ich bin Agnostiker. Das wissen wir nicht. Es gibt so dumme Leute, die meinen, man wüsste, dass Gott gibt, aber in Wirklichkeit, wenn man ein bisschen studiert, ist das völlig, überhaupt nicht klar. Und der evangelikale Agnosticismus, der sagt, es gibt Leute, die meinen, man wüsste, wie man das Kapitel verstehen muss, sagen wir 1. Korinther 11. Dabei gibt es so viele theologische Ansichten dazu und zwei, wer absolut denkbar, aber 5 geht auch. Es ist alles so unklar. Keine Sicherheit. Ja, aber wenn man demütig ist, kann man eben auch sagen, ich verstehe das nicht. Okay, ja, natürlich. Man muss natürlich nicht sagen, das ist alles klar, wenn es einem nicht klar ist. Und man sollte eigentlich auch nicht über Dinge predigen, die einem gar nicht klar sind. Da muss man sagen, ja gut, über das Thema predige ich nicht, weil mir ist es nicht klar. Aber das ist doch nicht Demut, wenn man gerade predigt und sagt, ja man weiß das nicht, was es bedeutet, aber es gibt so viele Ansichten. Ist man stolz auf die verschiedenen Ansichten und ist eigentlich stolz darüber, dass man weiß, dass es, oder meint zu wissen, dass es gar nicht klar ist. Und das ist so, so ein anderer Geist hier, ja? dass er mit dir erfüllt sein mögt mit der Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht. Und das Ziel davon ist, um würdig des Herrn zu wandeln. Zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk fruchtbringend und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Es gibt doch viele, die sagen, ja, Bibelstudium und so Erkenntnisse in der Bibel und Zusammenhänge, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Mir hat mal einer gesagt, das brauche ich gar nicht in einer Predigt. Wenn ich in eine Gemeinde komme, dann möchte ich wissen, was ich am Montag zu tun habe. Okay? Das ist schon gut. Die Predigt soll uns ja ausrüsten für den Montag und auch für Dienstag und so weiter. Aber es ist eben so, dass Gott uns seine Pläne und seine Gedanken in sein Wort aufzeigt und das hilft uns dann eben den Montag richtig einzuordnen. Versteht man, was ich meine? Dass man eben im Licht, was sind Gottes Gedanken und Pläne mit dieser Welt? Dann werden plötzlich Dinge am Montag, die einen so aufregen können, werden plötzlich im Licht davon Bagatellen. Ja? Und wir haben eine lebendige Hoffnung im Himmel. Der Jesus hat gesagt, ich gehe hin ins Haus des Vaters und werde euch dort eine Wohnung bereiten und dann werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen auf das, wo ich bin, auch ihr seid. Wenn man diese lebendige Hoffnung hat und wie die Thessalonicher, Erstthessalonicher 1, den Herrn täglich erwartet, dann werden eben Dinge am Montag, die einen so ärgern können, werden plötzlich irgendwie im Licht der Ewigkeit, im Licht dessen, was uns erwartet, wird das zur Nebensache. Und so hat das eben eine gewaltige Bedeutung für unser praktisches Leben. Und wenn man auch sieht, wie wahrhaftig und glaubwürdig das Wort Gottes ist, das ermutigt uns, das eben auch im Alltag umzusetzen. Und darum sagt der Apostel Paulus, um würdiges Herrn zu wandeln. Also wir brauchen biblische tiefe Erkenntnis, um das dann praktisch anzuwenden. Und wenn das aber eben so ist, dass der Kopf nur voll ist und die Füße ganz klein, ja dann stimmt etwas nicht. Dann stimmt etwas nicht. Und das ist schon gefährlich. Ich habe nicht so einen großen Kopf. Aber wenn der immer größer würde, immer größer, ja dann verschiebt sich natürlich der Schwerpunkt in meinem Körper. Meine Füße werden immer kleiner und der Kopf immer größer. Was passiert? Am Schluss POP! Ja, das ist ganz gefährlich, einen riesen Kopf zu haben und ganz kleine Füße. Aber eben, das ist nicht gemeint, sondern es ist die richtige Art des Erkennens, die zusammenhängt, wenn jemand Gott liebt. Wenn das Wort Gottes uns dazu führt, dass wir den Herrn mehr lieben, sein Wort mehr lieben, dann merken wir, jetzt geht es in die richtige Richtung. Und wenn man merkt, wow, weiß ich viel. Wow. Wenn die Leute nur wüssten, wie viel, ich weiß noch. Ich weiß ja noch viel mehr. Ja, also dann, dann, dann ist der Absturz programmiert. Ja, aber hier sagt er also, das würdig Wandeln hängt dann zusammen, eben zu allem Wohlgefallen, in jedem guten Werk Frucht bringen für Gott. Und dann weiter wachsen, also nicht stehen bleiben, zunehmen, und wodurch? Durch die Erkenntnis Gottes. Erkenntnis bringt geistliches Wachstum. Es geht nicht ohne. Also die Theorie mit, ja, man muss nicht so Bibel studieren und so, und das reicht da, in der Predigt zwei Verse am Anfang und dann wird das erklärt, was man am Montag machen muss. Ja, dann ist das gefährlich nahe bei diesen Büchern. Es gibt auch in englischsprachigen Raum, in den Buchhandlungen, so Bücher, ganze Serien, How to. Zum Beispiel How to make friends. Da wird erklärt, wie man das ganz praktisch konkret macht, wie man sich Freunde schafft. Und da gibt es ganz viele How to Bücher, mit psychologischen Tipps und Tricks, wie man da im Alltag besser zurechtkommt. Gott. Und eine Predigt darf natürlich nicht eine psychologische Unterweisung sein, so für ein bisschen besseres, praktisches Leben. Sondern es geht darum, dass wir sehen, was der Jesus für uns getan hat am Kreuz und dass wir als Dank dafür unser Leben auch ihm ganz zur Verfügung stellen. Das ist etwas ganz anderes. Wachsen durch die Erkenntnis Gottes, gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Also wir sind schwach, aber er kann uns diese Kraft geben, wozu? Zu allem Ausharren und aller Langmut. Das ist ja das Schwierige. In Situationen und in bestimmten Bedingungen durchzuhalten und nicht aufzugeben. Aber das hilft uns auch, besseres Durchhaltevermögen zu bekommen. Und das, wer kann von uns sagen, ich bin von Natur aus ein sehr geduldiger Mensch. Es gibt schon Unterschiede, ja? Aber ich glaube, niemand kann sagen, ich bin ein geduldiger Mensch. Und ich sage schon, ich bin von Natur her gar nicht geduldig. so schnell wie möglich. Aber durch das Wort Gottes lernt man zu warten, auszuharren und der Apostel sagt, zu allem Ausharren und aller Langmut, nicht mit der Faust im Tank, mit Freuden. Und dann führt das letztlich zur Anbetung des Vaters. Danksagend dem Vater, der uns fähig gemacht hat zu dem Anteil am Erbe der Heiligen in dem Licht. Und damit wollen wir uns in zehn Minuten nach der Pause weiter beschäftigen. Danke.